Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fiesta mit der Jenny und mir und den Schweinen und einer Alraune. Nein, Fallenpflanzen. Und die Schweine kriegen es jetzt richtig über die Ohren gezogen. Wieso nicht? Also ich höre mich noch. Ich höre dich aber gar nicht. Stimmt, Schatz, ich höre dich gar nicht mehr. Nein, nein, man hört dich nicht. Einen Moment. Nein, immer noch nicht. Sag mal. Du bist doch gar nicht mehr in Discord. Jetzt? Ja. Ja, jetzt bist du drin. Ja, ich habe mich eben runtergedingst. Ah. Gedingst? Mhm. Okay, cool. Willst du pullen oder soll ich ziehen oder? Achso, die gehen ja wieder. Ja, pullen ist blöd, aber du kannst laufen, wenn du möchtest. Ich komme dann zu dir und dann kannst du laufen. Laufen die überhaupt mit? Das war doch der Scheiße, oder? Wenn du Schaden machst, laufen die mit, soweit ich weiß. Und ich werfe ja dann auch die ganze Zeit. Mhm. Wir brauchen bloß 15 Hörner. Ja. Waren das nicht mal mehr? Das waren das höchstens. Ne, waren das nicht 50 beim letzten Mal, wo man gesagt hat, das dauert viel zu lang? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Händen die das geändert? Ich bin mir nicht sicher. Wäre aber nicht schlecht. Wie viel hast du? Ich habe 14. Ja, ich nicht. Okay, weißt du was? Wir bleiben stehen und machen die einfach von hier aus. Da ist... Hm? Ich höre dich schon wieder nicht, Schatzi. Ja. Du bist, äh, zwar da, aber man hört dich nicht. Das ist sehr merkwürdig. Ich meine, ich, ich höre meine Frau, ja. Logischerweise, sie sitzt ja direkt neben mir. Hallo? Ja, äh, aber ihr hört sie halt nicht. Ähm, kann es sein, dass ich... Ich habe 15 aufgenommen, sorry. Ja, dann schmeiß ich eins weg. Ja, bin gerade bei. Ähm, dass wenn ich Discord minimiere, dass das abpackt? Das weiß ich nicht. Ja, ist eben jetzt schon zweimal so gewesen. Dann minimier es doch nicht. Ja, muss ich ja, aber. Wieso? Ich muss doch gucken, ob mit euch ein Fiesta was... Ich habe nur ein Bildschirm. Ja, aber du kannst doch aber hingehen und, ähm, Discord jetzt offen lassen, groß, ne? Und dann einfach auf Fiesta umklicken. Mit der Tabular-Taste. Äh, ja, hier 15. Hier liegt noch eins. Jupp, okay. Sollen wir mal gucken, ob man das abgeben kann? Warte mal, wie heißt denn die hier? Nee, komm, jetzt machen wir es fertig. Lass mal abgeben. Ach, das ist nur das Horn, meinst du jetzt? Ja, nur das Horn. Ja, das bringt 1%. Habe ich das jetzt nochmal? Achtung, das hat man aber dann nicht mehr. Hm. Dann habe ich nur noch drei. Die handgeschriebene Nachricht, Ping, Ping und, äh, Ping, Ping. Genau. Ja gut, wenn man jetzt nichts mehr zum, zum Aufheben hängt, können wir ja auch durchlaufen. Die Nachricht, doch, die Nachricht. Ja gut, das brülle ich dann, wenn es da liegt. Komm, wir laufen einfach. Ja, laufen. Einfach durchlaufen und angreifen. Ich brülle dann, wenn es da liegt, habe ich gesagt. Ach, ich habe schon nicht p... Pultern. Äh? Hä? Was? Fahrrad? Baum? Das heißt Zug oder Ankunft abfahrt. Das kenne ich nicht. Bist du da? Ja, ja, ich bin direkt hinter dir. Nun schon eine Nachricht bekommen von dem Ping. Nee, noch nicht, nicht. Die sind noch ein bisschen schreibfaul, würde ich sagen. Hm. Kriegst du alle gutgeschrieben? Ja. Also ich habe jetzt 38. Ja. Bis auf deine Energie. Oh, ja stimmt. Pass auf deine Energie auf, Schatz. Ich finde es blöd, dass die nicht richtig mitlaufen. Ist doch gesagt, wenn ich die angreife, dann schon. Ja, aber nicht wirklich. Nicht so... Hm. Nicht so gescheit? Ja, nicht so richtig, nee. Nicht so vollkommen, weißt du? Ah, guck mal, handgeschriebene Nachricht, Schatz. Sie hebt mal auf. Danke. Bitte. Naja, das ist doch einfacher. Ach, guck mal. Danke. Machst du? Jo. Oh. Sau gut. Sau, ne? Verstanden? Sau gut. Jo. Sau gut. Du bist in die falsche Richtung, imbring. Ich laufe wieder zurück. Ja, du... Ja, jetzt, ja. Jetzt können wir uns so schäe aufs Töte konzentrieren. Gibt's Schlachtfechten, ne? Schlachtfechten gibt's doch. Spannferkelbrote. Schlachtfechten. Schlachtfechten. Ob's das im Norddach gibt, so, so, an der Nordsee? Scheiße. Äh, Schatzi, du bist tot. Pass auf deine Energie auf. Mach die noch alle, die krieg ich hochschrieben. Ja? Jo. Du könntest dich auch einfach wiederbeleben und ich ruf dich. Du faule Stick. Boah, ich bin Uru. Ja, soll ich dich rufen? Boah, warte. Ja, da willst du herlaufen. Ich mach mir mal ne Vita rein. Okay. Kann ich? Jo. Dein Uru, ne, du mein Alba. Ja, das find ich auch bescheuert, ne? Alba ist viel näher. Ich frage mich, warum wir nicht in Alba... Bekommst du? Ja, okay. Ja, ja. Was machen sie Facts da? Hm. Mach dir erst Rollen rein. Hm. Oh, Karten. Ja, haben wir doch schon. Weiß ich nicht. Doch, wir haben doch voll die Kartenjagd gemacht. Wir waren voll Kartengeil hier. Ja, das waren doch verschiedene immer. Ja, ja, zwei oder drei Stück. Oh ja, hab ich. Guck mal, 68, 69, 70. Pass auf deine Energie auf. Die machen dir echt viel Schaden, kann das sein? Die? Ja, die hier wirklich. Das ist mir aber schon immer aufgefallen. Guck mal, eigentlich könnten wir diese Laplan auch gleich mitmachen. Wir brauchen ja sowieso die Klinge von denen. Ja. Ja. Da ist nichts angezeigt. Aber es steht doch hier. Klinge eines, ähm, oder Blütenblätter eines Laplans. Ach, sind es die? Ja. Okay. Ja, aber stimmt. Kriegt man... Ja, da hinten. Von denen da hinten kriegst du das wieder angezeigt. Das sind wieder so auserwählte. Ah. Guck mal da. Kannst du es schon mal aufheben. Wie viel brauchen wir? Zehn. Ah, ja. Ah, da ist noch einer. Ja, jetzt machen wir aber erstmal die Schweine richtig fertig. Ja, super. Boah. Die Laplan, die kann man auch pullen. Die folgen einem wenigstens. Mhm. Wären auch noch 150 Rhinos, ne? Wo wir mal machen müssen. Huch, was war das? Die Gelben? Hm? Die Gelben? Nein, 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 die Rhinofürsten, die Roten. Oh. Guck mal, 84 haben wir ja schon mal. Das geht ja ruhig hier, ne? Mhm. Sollen wir mal politisch schwachen? Äh, äh. Sicher? Hm. Was wird es denn politisch werden? Schwester, ich finde das, ich finde, ich würde halt gerne mal über, 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 über ein Thema quatschen, weißt? Ähm. Weil ich finde, man redet so wenig hier. Ja, dann machen. Zum Beispiel. Ich meine, das Video kommt ja jetzt hier, äh, am, 19. Mittwoch raus. Ne, am 20. müsste heute sein. Mhm. Ähm. Morgon, Tschüssi, Geburtstag. Stimmt. Also, gestern. Ja, okay. Ähm. Hä? Ja? Und feiert erst Samstags? Ah ja. Ja, gut, stimmt, ist besser. Okay, zu den Blüten. Noch eine, noch. Achso, ja, du bist ja gestorben. Okay. Kommen wir noch von. Ja, dann hau mal raus. Ja, ja, das Politische da. Hast du das mitgekriegt mit der Türkei? Ja, ne? Nein. Nein. Nee, aber, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm. Hast du gehört, dass das inszeniert sein soll? Nein. Doch. Ehrlich? Also, hab ich zumindestens gehört und gelesen und, äh, auch gesagt bekommen. Ja, weil die, äh, die Bundes-, äh, also die Soldaten, die haben das ja dann alles, äh, gecancelt wieder, ne? Ja, ja, das geht, das war ja ruckzuck, wie das wieder gecancelt worden ist, ne? Ja, ja, das könnte, könnte, äh, passen. Da bin ich, da bin ich, äh, muss ich sagen. Oh, Schatze, ich bin nicht in deiner Nähe, ne? Warum nicht? Naja, ich war hier am Kämpfen. Ich denke, wir pullen zusammen. Ja. Oder kiten. Ja, aber es bringt natürlich nichts, wenn du dann wegrennst. Nee, und... Oh, grad eins. Hm, und auf jeden Fall, warte mal, jetzt ich pull, weil ich hab mehr Energie als du. Lass mich sowas pullen. Ähm. Ja, es ist einfach, das, das hab ich gehört und hab gedacht, ne, ich kann's mir eigentlich gar nicht wirklich vorstelle, aber wenn das so wäre, ne, wäre das richtig übelst. Das wäre richtig krass. Hm. Wenn du überlegst, es sind über 260 Menschen dabei gestorben. Aber so von den... Oh, da hab ich einfach mal raus. Aber von den Nachrichten, sag ich mal, können's passen schon irgendwie, ne? Dass, dass das, äh, inszeniert war. Hm. Da... Es wäre sehr traurig, muss ich sagen. Es wäre sehr, sehr traurig. Wo hast du das gehört? Nachrichten oder was, oder? Mundpropaganda. Hm. Kollegin, die es erzählt hat, die das irgendwo gehört hatte. Hm. Dann hab ich das beim YouTuber, hab ich das gehört, als er dir drüber erzählt hat, ob das jetzt stimmt oder nicht. Guck mal jetzt. Ja, ich würd's grad sagen. Jetzt ist da mal was gekommen, warte mal. So, ab jetzt kannst du eins haben. Oh, die hab ich, glaub ich, schon, ja. Ähm, ich hab neun. Vier. Auch nicht schlecht. Ne, und das sind so, so... Sowas find ich, sowas find ich arg, wenn sowas inszeniert wird, ne? Ja. Schatz, ich hatte eben ne neue Karte von denen. Ja. Ähm. Der stinkende Blumengarten. Ne, den hab ich schon. Okay. Das ist das, wo aussieht wie, ähm... Stein und zwei Blumen. Mutterdrehen, ja. 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 Aber ob das jemals rauskommt, das ist halt ein Anrisser. Es ist genauso, weil ich grad, weil wir halt, weil ich inszeniert gesagt hab, ähm... Ich hab das Gefühl, weil es gibt ja sehr viele, sehr, sehr viele Flüchtlingsvideos, wo, ähm... Oder, äh, wo dann, äh, Syrer sagen, ja, sie fliegen gar nicht, ähm... Sie gehen jetzt einfach bloß nach Deutschland, weil sie da halt viel Geld kriegen und sowas, ne? Hm. Ich hab neun. Okay. Kannst du aufsammeln? Hast du eins? Ja. Okay, sammel auf. Hoffentlich meinen wir jetzt nicht dasselbe. Ne, ne, ich hab hier eins gehabt bei mir. Okay. Ne, und, ähm... Da bin ich auch nicht so wirklich sicher, ob da die Videos nicht alle gefakt sind, großteils. Okay. Hm. Um einfach bloß den Hass zu schüren wirst. Hm. Daher. Ja, ich... Momentan, in jedem Land hast du momentan Probleme. Frankreich... Natürlich. Frankreich wie verrückt. Ähm... Deutschland... Wahnsinn. Türkei... Tschechien... Überall... Und, äh... Die Ukraine... Ich mein, die Krise... Was ist da alles? Die Krise sind ja noch nicht rum. Die Krisen sind ja alle noch nicht rum. Keine Ahnung, was jetzt, äh... Tschechei-Ukraine-Seiße. Ähm... Hab ich nichts mitgekriegt. Ukraine? Da gab's doch voll den Aufstand. Ich wüsste grad nicht. Ne, keine Ahnung. Okay. Muss ich dir später mal zeigen, da war voll viel. Oder verwechsel... Ne, ich verwechsel das nicht mit Ungarn. Ne, 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 ne. Ähm... Da wurde Klitschko... Ja, ja, Ukraine. Ukraine. Mag ich grad sagen, hä? Und das hast du nicht mit... Oh ja, gut, okay. Muss man... Ich guck ja kaum Nachrichten. Ja, aber wenn du siehst oder wenn du es liest, dann weißt du wieder, um was es geht. Wah? Aber die sind stark, pass auf. Achtung, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Ja, mach ich doch. Ne, aber momentan in jedem Land, in jedem Land hast du nur Probleme. Ich hoffe, das tut sich irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder einspielen. Hm. So ein bisschen weniger wäre schon schön. Überall Krieg. Ach, das ist ein Scheiß. Überall sterben. Ja, nimm den Fürst doch noch mit. Hä? Habe ich nicht. Doch. Das ist nicht der Fürst. Nein. Das ist der ganz normale. Ach, die heißen ja alle Regenung Fürst. Ja, ich wollte es grad sagen. Das ist nicht der König. Das andere ist der König. Aber der ist da vorne. Der hat's bequem. Ach, guck mal, die spawnen direkt wieder. Aber wir brauchen ja auch 160 davon. Hm. Hm? Was? 160? Hm, ja, aber die spawnen ja schnell. Wir können ja die hier machen, hier vorne. Das sind immer ganz viele und da kann man die schön ziehen. Und wir brauchen auch irgendeinen Drop von denen, hab ich grad gesehen. Das Horn oder so. Komm hierher. Bist du bei mir? Nein. Oh, komm her jetzt. Schnell. Ja. Wenn ich sag, wir machen die hier vorne und dann fahr ich weg und dann musst du schon auf mich achten. Ja, ich bin auf die andere Seite gefahren. Ja, das ist nicht auf mich achten, Schatz. Ach jo. Ja, ich stehe. Warum muss ich immer auf dich achten? Weil ich der Teamleader bin. Ach, du bist ein Mobs. Und du keine Ahnung vom Leben hast. Du verläufst dich ja andauernd, also musst du doch auf mich achten, der sehe ich nicht verläuft. Ich hab ne Karte. Das freut mich für dich. Achtung, pass auf deine Energie auf. Na, das war mir so klein. Ja, weißt du, du hast nur noch 5% wenn überhaupt und dann... Was kann ich dazu, wenn meine Steine laden? Ich lauf dir. Ja. Hab doch wackelt zu deinem Platz, wo du hier wolltest. Jetzt habe ich keine Lust mehr dorthin zu gehen. Jetzt laufe ich hier einfach nur noch durch und mach alles klar. Gut. Was brauchen wir eigentlich? Einen Helm. Da hat doch jeder einen Helm auf. Für sie brauchen wir bloß einer. Und warum droppen sie mit? Genau. Das verstehe ich ja nicht. Na, da ist er. Ja, einer. Du hast vorhin zuerst das Buch bekommen. Äh, das handgeschriebene Briefbuch. Ja, schon klar. Das Brief? Das Brief. Weißt du. Hilfe, ich häng. Achtung. Da hängt man, Schatz. Na, jetzt hab ich sie dir voll rausgezogen. Ja, ich hab's grad gedenkt. Du hast sie aber vorhin auch. Als du gelaufen bist, hast du auch einfach weggezogen gehabt, wo ich gedacht, Schatzi, du bist tot. Wie viel Prozent hast du denn schon verloren, meine Maus? Och, weißt du, ich hab gerade geguckt. Ah, das ist, weil ich keinen Buff habe. Ich brauch einen Buff. Ja, dann hol dir doch einen Buff. Ich meine, ich mach mir den LP-Verlängerer rein, weil ich nicht immer einen Buff bekomme. Na, egal. Wir sehen uns eh in der nächsten Folge wieder. Da, die kann sich Jenny noch einen Buff holen und sich besser vorbereiten. Und vielleicht mal nicht so oft sterben. Buff mich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss. Tschüss.